Hallo, Marius. Was wir erlebt haben, wo wir mit Gott erlebt haben und wo wir verdankbar sind. Wir sind so gesehen, wenn wir einfach mal das Klima drüber schauen. Wo sind wir, wer sind wir und wo hat Gott uns alles gegeben. Wo sind wir wirklich, wenn wir zu der Welt kommen und wo sind wir von der Welt. Gott hat wirklich, wirklich gesehen. Und ich will den ersten Psalm 100 kommen, den ich euch schon überlesen darf. Das ist voll von Dankbarkeit. Nachdem ihr schon sagt, dass wir dankbar sind, wenn es mal voll war, nicht zu sagen. Einmal ist es schwer, dass wir danken, das ist das nächste Mal. Und ich wünsche, dass wir von dir auch, dass wir ein Ding sagen, dass Gott ist true. Und wo wir sind. Wir haben Geschichten gehört, wir haben verschiedene Dinge gehört. Gott heult, Gott ist dich bei und verschiedene Dinge. Aber ein Ding ist immer klar, Gott blieb treu. Wenn Gott den Wort ab uns verluten, dort wird bestohen bleiben. Dort blieb bestohen. Und da will ich den Bild noch nicht in die Geschichte verteilen. Aber dort ist wunderbar, wo Gott schoffen wird. Und er nicht lebt, wenn er nicht erst auf der Lut. Aber er hat einen Krack der reichte Zeit. Er hat einen Krack, wenn er nicht der reichte Zeit ist. So Psalm 100, die fängt es dort an. Der Eindang Psalm, dann sage ich dir, Joach, vor dem Herrn, alle Länder. Er sagt, Joach. So habe ich nicht so eine Fehlmache an, dass wir dort auch nicht. Vielleicht allein, ich weiß nicht. Aber wir singen Gott, wir lügen Gott. Und es sind 100 Tage mit den Lüden gestern. Der andere, der dann hört, wir sind nicht alle Sänger. Dort hat sich alle Gotthaffens verschiedene Gruppen gegeben. Aber wir können einfach mit einem dankbaren Hort machen, ohne wir bloß vor Gott kommen. Wir können vor allem lieben. Er sagt, du bist mit Frieden und kommst vor allem mit einem frohlichen Gesang. Und dann sage ich dir mal noch das. Tja, wir tun es allzeit. Denkt daran, dass der Herr Gott ist. Heute ist der, der uns gemerkt hat, nicht wie Salz. Wie sind die Sänger in seinem Schub auf seine Welt. Wer ist da, wie wir in der Welt nicht kommen? Ich war ans Boot nach ein paar Freunden. Und dort ist er, ich wollte nie so sein. Ich kann nicht mehr da denken. Und er sagt in der Stadt, wo hast du, wo djankert die, wo hast du nicht? Diese Freunden, die kommen, die brücken wir uns einst einmal zur Freunden und ans Leben. Einst einmal djankert uns ein Ding, oder djankert den ja, bestet wirklich an Gott seine Wahlbeam. Und dann brauchen wir mal einst einmal treten zu gucken. Was habe ich? Was habe ich alles? Was hat Gott uns alles mitgesehen? Wir haben eine Familie. Wir haben das Etappen da. Wir haben so viele Dinge, nicht? Und dann ab einmal dann fangen wir vielleicht nicht dem Frieden. Wenn wir uns jankert vielleicht verschiedene Dinge. Und dann freut wir uns. Was habe ich nicht? So, die Freunden, wer war uns der Antwort? Wer war eine Antwort? Wir haben so viele Dinge, wo wir uns wirklich fehlen werden. Und was habe ich? Und was hat uns vielleicht bloß? Was ist, was wir wirklich fehlen werden? So, ich sage dir, denk doch an. Dort hat der Herr, dort hat Gott uns. Gott ist Gott. Hier hat uns gemerkt. Was hat wir uns in der Welt? Wir holen uns. Wir holen nicht mal an seine Kleider. Von der, wenn wir uns in den Hüsten angucken, oder die Gäste an den Speckenen, oder auf den Hafen, oder in der Wirtschaft. Wo fängst du alles? Vielleicht legst du ein Neuel, aber den hörst du nicht mal, als du in den Weltkriegst. So viele verschiedene Dinge, wo du sehen, wo wir brücken, wo wir keinen Brücken, wo Gott uns alles gegift hat. Wo Gott uns mit segnen hat. Ich sage, ich denke, ich habe uns gemerkt, wie es ein Schub auf seine Welt. Hier ist der, der die Welt gemerkt hat. Dort ist uns klar. Hier ist der, der uns erschaffen hat. Aber wo habe ich? Ich habe wirklich seinen Frieden, dass er wirklich an uns regiert. Na klar, wie ich habe. Aber einst du malst die Frau vielleicht Ludwig dem Frieden regieren. Nur weil ich ganz dramatisch spreche von der Welt. Weil wir seinen Frieden an uns regieren. Es ist der Jahr dunkel, es ist der Jahr dieste, es ist der Sonne, es ist der Regen, es ist der Regen, wir laufen an. Das Jahr hat man mehr Sonne, vielleicht hat man mehr Regen, man hat mehr Regen, man hat mehr Arzt. Das Business hat vielleicht gut gemacht, das Nächste hat vielleicht nicht so gut gemacht. Verschiedene Areas haben verschiedene Lehren, oder haben sie eine Lehren, wo wir sind durchgegangen. Weil ich sage, ich denke dann, dass heute der Herr ist. Und dann geht euch seine Porten mit Danken und seine Verhebungen an, um zu lieben. Dankt euch und liebt seine Namen. Woran? Weil der Herr ist freundlich. Gott ist freundlich. Das ist seine Einschaft, das ist wer Gott ist. Er ist freundlich. Und dann sagt er, seine Trü hat geläuft, er bleibt ewig. Und er wird nie nicht ab hier in Trü zu sein. Never. Er bleibt immer Trü. Er wird an alle Tüten Trü bleiben. Und er fragt uns, was hat mich, was hat mich nicht? Wenn wir Galater nehmen dann, da haben wir den Aufschnitt von dem Falsch, was wir gut können, was wir sehen, was wir arten. Und wir können ab zwei Seiten lang sehen hier. Wir können ab dort sehen, von den Gästen gefolgen, und wir können dort sehen, von dem Fleischte gefolgen. Wo wir hier ab irgen planten, und säen, und so wieder, dort sind es klar. Wo einmal wir säen, dort wollen wir arten. Wer auf keinen geplant, wird keinen arten. Wer auf Schobel geplant, wird Schobel und arten. Dort sind es klar. Die gestliche Arten, einst du mal trieb, hier vielleicht haben Sie ihn gefahren, aber die grazte Arten, die volle Arten, der kommt von Jesus, ist zu Hause gekommen. Da wollen wir die volle Arten sein. Wo haben wir vorab geschaut? Wo haben wir Dinge vorab geschaut, dass wir können mit der gestlichen Arten arten. Er sagt, das ist das, ein Umfang an. Und er redet auch von Brädern, und Säßen und so wieder, wo wir mit Dingen angehen sollen. Bei der Post hier gerade mal. Er sagt, Bräder, wenn die, wem du betreffst, dort heißt ich, versinn dich, dann soll die nicht, dass die jäßlich sind, den fremdlich und leuchtulich tragen. Und post ab für die Säuze. Dort du nicht auch versorgt wirst, haupt einer, den ohne seine Lust trauen, und dadurch zu daunen, wird Christus, Jesus, sie in ihr Satz verlangt. Er sagt, die Bräder und Säste können wir sagen, wann erst wir ab einmal haben erreicht, in Wachia, der geht um die Rechnung nennen, das wird wir zu daunen haben. Freundlich, leuchtulich tragen. Was wir Gott? Er wird frendlich. Er ist frendlich. Er sagt, leuchtulich. Seine Trühe hat geläuft, die Psalm sagt, seine Trühe hat geläuft, die nimmt kein Eng, die bleibt ewig. Und er wird nicht Trühe sein, sondern ein Eng. Er sagt, das selber auch tun. Und er sagt, wenn irgendwer denkt, dass man am Wort ist, und das doch nicht ist, der schmerzt sich selbst an. Leute, hier bräuchten wir einmal einen Bounce, dass wir uns nicht da drauf klühen, und sagen, das hält nicht einmal an uns, oder dass wir uns hinab sein, und wir sagen, oh, ich sei noch mit, wer. Wir bräuchten Gott, Nummer eins, Gott an den Center bläuchte, und er nimmt nicht mehr an uns, und er hat die bläuchte, und wir haben nicht mehr ein Tal, und dann kann man das bälzen. Was haben wir gemerkt? Immer vom Stoff, nicht? Das wäre wie Sandt. Dort, wo wir hingehen. Dort, wo wir von der Hand haben, das sind Segnungen, was Gott uns hier in der Welt braucht. Das sind Segnungen, was wir hier in der Brücke brauchen. So, ab wo ein Acker darf ich planten, darf ich sehen. Er sagt, wieder, wieder sagt er, wir sollen den unteren Halten seine Lose drehen, nicht nur eine Lose schnapplein. Das kriegt, was Jesus da, nicht? Er schäum, an die Lose aufzunehmen, nicht? Er sagt, wir sollen auch nicht eine Lose schnapplein, wir sollen halten, an seinem Bruder, an seiner Saster, die Lose drehen. Dann sagt er wieder, wer mit dem Wut unteren Halten wird, soll dem alle Hunde gehören den Tag kommen, der am unteren Halten hat. Dann sagt er, das ist falsch, Gott lässt sich nicht spätten, was ein Mensch sieht, wird er ernten. Wer sieht, sein Fleisch zugefallen, wird von der Fleisch verdorben ernten. Wer sieht, sein Gäste zugefallen, wird von der Gäste auf ihr Leben ernten. Hier ist der Unterschied von Pläten und wo wir ernten dann. Wir können investieren in diese Welt und da können wir Brücken können von Gott seine Reckbühen oder wir können die Brücken bloß von uns ihnen nicht genauen. Dort stehen uns Fleisch, ob das Fleisch sein wird, ich sage. Dann hast du, wenn wir die Brücke von Gott seine Verheirlichung und Gottes Ehre von den Familien und wenn wir die Brücke das Gott anstatt anstatt und so wieder dass wir das gut verstehen, dann müssen wir auf dem Jahr sehen, auf dem Jahr sehen, was vom Jahr ist, wo der Wart Luther eine gute Art versehen. Dann sage ich, wer wir nicht moit waren, goethe zu tun. Wollt wir noch mal moit do tun? Wollt wir stressvoll? kommen wir und drückenen oder ist was? Erklärer kämpft darauf an. Er sagt, auf einmal, dann wollen wir noch moit dem Morgen. Dann sage ich, wer wir nicht moit waren, goethe zu tun, wie als wir nicht moitlos waren, wo wir arnten, wann das ist Tiet zu hören. Du kämpft die Tiet, dann wollen wir arnten. Wer wir nicht moitlos waren. Dann sage ich wieder, du wengst, wie so Fäcken das wie gelegen hat und alle Menschen goethe und besonders wenn man Angst hat und loben stehen. Besonders und wenn man Angst hat und loben stehen. Wie brücke er abwüllen an einen anderen. Wie brücke dass wir stärken einen anderen. Das ist wie er. Gott asked euch bloß an dem Box wo ich am Tiet da. Er red auf andere was ist was das zu mir da. Das ist wer Gott asked. Er meint euch von nicht dem kreis es dort red und er nicht dem miet did but er am andre was and did am andre was so Gott red und er ist du er bliff trü und er bliff ewig so 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 woran wenn Gott so gaut ist und wenn wir denken von Sehen und Arten woran wollen wir uns dann nicht beschenken los Gott war uns beschenkt wie gleich ihr beschenkt ist nicht gleich rück euch und ihr findet so wie an dem Paket der was Gott uns geben hat wo Jesus uns ein Jahr er ist ein Jahr er leise ist und er hat uns frie merken das Paket dort fällt ich mir so du kon ein hammer war ein bisschen los rieten das hammer wird die meier bahn ja der rat uns einmal do aber du es hammer bit meier bahn du es hammer bit meier bahn wo he mich beschenken und das wie sein hier sind Segnungen und geschechen wird will die hier tun ob he sagt ein kalasser was wird wir uns beschenken in dem kreik wird das lewig einst passiert wann wir in der leu kommen dort uns wird sehr jankert und wir haben nicht dann passieren diese Dinge und diese Dinge beschenken wo kalasser 3 verstoff von red he sagt die sind von Gott gewählt und herrlich he dann sagt er wo vorne sind von hart und erbarmen frendlich sein demotig sanft mutig und geduldig und jetzt er wieder was los wie im psalm Gott bleibt trü eiwig seine leib bleib eiwig er ist frendlich seine trü hat ich hört was niemand ab hören und jetzt kriegt was Jesus in ihn schaffen sein das wäre Jesus wir das wäre wir wenn es hier ging wir haben Jesus vielleicht nicht körperliche Säugung oder wir haben nicht aber wir haben Beläfnisse gehabt wir haben Erfahrungen gehabt und wir wollten das tun aber das ist wie Jesus wir können uns das verstehen die klinik die kam all an arm und all die entsporen beträgt das Leben die kam all an arm woran du wirst something antragen du wirst frendel jeter arm du wirst leif tun jeter arm und du wirst verdammt in den jahren er sagt komm er bist gut dauert nicht mehr hast aber hier gedau und bist nie wieder nicht vielleicht ist was du schwach ist gegangen und vielleicht ist was gut ist was immer dann dann sagt jesus bist ein gut du hast nicht mehr es einfach simple ist das haben das bekan haben das übergeben und er wird in fried was er schenken und er wird er er bewaren und er wird frendlich demutig soft mutig und geduldig und er wieder so wie diese einschaffen so wie uns untragen die kann wie uns immer tragen wir wollen die alle so worden was was jesus sagt nicht wenn wir alle so wollen dass jesus sagt dann brücken diese geschenke einfach ans untertreiben der unternehmen in der eber zu treiben er sagt verdreht einer den und vergift ihnen ohne und wenn wir nicht klären den ohne so ist der herr ihn vergift so mag die auch vergeben na job er kann nicht vergeben so schwer jesus vergift er wieder am kreiz er hängt er er kann nicht vergeben er er vergeben was er sagt er sagt er ist trü er wird niemals ab hier sein dann wird er uns auch die Kraft geben dem vergeben er war gar ab hier er wird drü blieben wenn die Vergebung er brukt wir können noch vergeben nicht man hat Jesus ihn kreift jetzt hat uns geliefert das ist nicht schafft und das darf wir uns auch nehmen und so wieder und immer alles sagt er sieht leift so hat alles an eine vollkommen ein hat verbogen wird und dann sagt er lu christus sind fried und ihn regieren gott hat ihn gewählt sind im fried zu haben aus gläder und einen sharper und sie dankbar das fried sagt er den den leiden regieren so hat ihn gewählt worum ist er dann ab einmal nicht do kann es sein dass mein fokuss ist dann ab einmal und das was getret ist kann sein mit die egenschaft nicht ebertrag mit jesus hat und dass die fried wirklich du hast ich so dankbar dass Gott trü ist dass Gott trü ist und trü blieft diese Botschaft freut mir das ich habe in der wässt ich im Monat im Früh ich bringe von dem ich soll ein bringen von dem ich hatte viele die ich habe gefragt und ich weiß was war und gestern ich habe noch nicht Fried ich wüsste noch nicht wo ich reden will aber kriege auf einmal Fried wenn Gott ist in Fried dann habe einmal gefordert dann kommt eine Fähre wo ich komme und ich bin dankbar für ich muss Gott Fried zu Uhr sehen die hat mir noch nie los dem wurde gesagt die war mich nervös nicht am stärker und ich wollte die war nie nicht für mich wird viel to los ich dachte das geht gut sind uns morgens dann wird Fried do und ich höre diesen timer das wird einmal do Gott geift Gott geift in Fried und du sind auch ein Puffer doch Gott trüblef wenn ich glaube dass es zu loht aber Gott ist am an Tid Gott hat es zu reich die Tid so ich sage loht Christus in Fried an die harten regieren sie den Fried zu haben kriegt das gläht an ein körper wie das bräck wie wir bräck an arms we bräck an bein wie bräck und kriegt so bräck wie sie in Fried die bräck wie einfach an uns zu lohten so wer wird Gott in Fried einfach loht an uns zu regieren er lebt den do ein bräck das vertrauen ein das wird dem wird sagt und er antwort er sagt das so wir danken nicht wir lieben Gott wir präßen Gott wir danken und wir danken noch wieder wir wollen noch wieder und da war nicht bis von der war wie jeder Tag Thanksgiving für so wie jeder Tag nicht bis von der einfach Gott danken für die Segnung was er uns jaff und alles wird sein was we donen und da so wir an unserem Herrn Jesus sie nume und da ich an Gott danken Gott danken sein weil die sind die Israeliten waren undankbar dass wir nicht fern was passiert oder dass wir nicht passiert wird es undankbar werden dass Leute einfach die ihre mal auf gehen und werden so wach nicht das werden andankbar unvertretet hat und ich sage wir können einfach Gott vertret und bleib trü war nicht ab der letzte minute ist für uns aber vor allem ist er noch ganz und nicht nicht kann die Kraft nicht geben und das war durch und das war durch und wenn Jesus hier hat wir und hat diese Eigenschaften hier so wesen hat wo die frendlich hat und die leif und die däumut und alles tun was hat er auch der, aber ich will hier persönlich, dann werden die Tierenmahner, die schrien einmal nach Jesus zu. Ich war in Jerusalem, wenn es in Jerusalem ging, dann wir zwischen den Scheidungsgrenzen von Samaria und Galilea und es hat uns dort zu schreien, dann schrien diese Tierenmahner ab einmal, Master, haben mit uns. Sie müssen ja immer schrien, wir sind Arren und so wieder, die Menschen sollen nicht durchbekommen, die Krankheit überschlafen und so wieder. Und sie schrien, den Master, haben alle mit uns. Sie schrien nicht. Und sie hat gesagt, wenn sie Jesus gut staut, die Priester fährt. Und wenn sie gehen, dann werden sie rennen, und sie rennen wir, und dann ab einmal wieder einer, der war gekommen, und er war bosig, was ich träge, und er dankt Gott. Er war dankbar. Er war gehalten worden. Jesus hat gesagt, er soll sich dem Priester gut wissen, er soll sich gut verstehen, dass er das seht, und so wieder. Aber, haben wir eingenommen nach welcher, er will gute Danken, für was passiert ist. So einer von euch dann, der sagt, er will gehalten worden, er kommt rein, er liebt Gott, er hat Lüde sterben, sagt er. Er liebt Gott, er hat Lüde sterben, er schmiert sich vor Jesus' Hand, er dankt ihm. Und da wird in Samaritern. Da wird er vielmals rauf gestartet werden. Der andere weiß nicht, wo das sein war, das sagt uns nicht gerade. Aber Jesus, die wundert sich doch, weil wieder bloß der Samaritern wird er verträgt kommen, um zu danken. Hören die andere, alle andere Pläne, dass die ihnen schaffen, ob einmal nicht ganz so wichtig wäre, wann sie rennen würden. So gehen sie aufwärts wieder. So werden rennen, weil sie hören, mehr Pläne, was sie würden tun. So die Bibel ist das eine, was dankbar wäre, und was die Dankbarkeit hat, leid, je wenn die, wenn sie das passiert, im Wunder. Jesus sieht die Arme, und er sieht die Arme stu ab, und gut ihnen war ich, die Beste, die ihnen glaube ich. Er war nicht bloß stark, weil ich gehe, aber er kriegt noch die jästliche Sehne. So abwohnen Acker sehen, planten, eigentliche, jästlich und abwärtsfleischlich. So wor habe ich? Was denkst du mir? Wor habe ich nicht? Habe ich Fried? Ich habe Gott Frieden. Er hat ihn hier. Er sagt, Jesus sagt, mir nimmt Frieden, wo er geht, wo er geht, und hier sagt er, er wird den Frieden einfach an unsere Worte regieren. Wir hatten seinen Armstern, wir wissen nicht, wovon er war ich da. Wir wissen nicht, wovon er eine Schärung zu nehmen. Aber Gott lädt nur da und nach dir. Einmal ein Stab ab einem Mal, aber er lädt auch durch. So, er war alles, erst ein Kreditieren, fast eindeutig, der sage ich nach dem Schluss, muss ich sagen, dass Gott seine Leute war, dass er kratzt, dort weiß ich, der blieft ewig stehen, und er wird ewig trüb bleiben, und dann sage ich, dass es ist, ob wir essen oder trinken, oder wort wir tun, dort alles an Gott zu ehren. Das ist gleich, was wir wollen von dir und ich. Wir haben eine Gemeinschaft gehabt, wir haben gute Geschichten gehabt, wir haben verschiedene Zeugnisse gehabt, wir haben Gott die da sehen, und der wird nicht aufmacht, und ich weiß, die haben auch alle Geschichten, aber wir haben alle. und es für Eten oder denken, wer wird von Gott ist hier dann. Wer wird am Danken dafür. Himmelschafura, wir kommen nach dem vor, ich will sagen, wir danken dir, dass du so gut bist, und dass du trüb bist, und dass du nicht trüb, trüb hat ihr Leib ewig bleib, und dass du uns beschenken hast. Wir danken dir für die Geschenke, die du uns geibst, erstens über alles, Jesus Christus, dass du dein Blut hast, liebten für uns, dass wir kein ewig Leben haben an dich, und dass du uns nach Wieder leidend hast, und dass du uns freigegebend hast, und dass du uns einfach segnend hast, zu danken für die für all die Dinge, die wir brücken, dächtlich, die sehens uns und Dankeschön dafür. Dankeschön für die Kjork, Dankeschön, wie können sie das taubkomen, und an die Worte uns nennenlote, und einfach die Danken, wie es dort ist, woran wir taubkomen. Dankeschön für deine Leib, und deine Trübheit, dass du niemals uns ein Stärklazer ist. In die Nome, Jesus. Amen. Amen.